Ja, wir sind im Hohelied. Schlagt ruhig eure Bibeln dazu auf, im Hohelied Kapitel 1. Es ist immer gut, wenn man seine eigene Bibel zur Hand nimmt, um mitzulesen, mitzublättern, um einfach aktiv dabei zu sein. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Heft zum Schreiben oder so. Da kannst du dir dann aufschreiben, was ich alles für einen Quatsch erzähle und mir hinterher sagen. Du hast das und das und das und das gesagt, das ist doch Quatsch. Und sollte es doch vorkommen, dass der Herr zu dir spricht, dann kannst du das auch notieren. Ja, das kannst du auch dem Pastor sagen, aber musst du auch nicht. Es sei denn, es ist etwas, was Gott dir sagt, was nicht nur für dich ist, sondern auch für andere. Und wenn du jetzt deine Bibel rausholst, die in deinem Smartphone ist, das haben ja einige. Schaut euch mal um, rechts und links, ob da einer ist mit seinem Smartphone, wo er seine Bibel drauf hat. Das ist erstens ein sehr moderner Mensch, weil der hat das drauf. Der kann diese technischen Geräte zum Guten benutzen. Das kann man nämlich, das ist richtig toll. Man kann richtig, guck mal, ich habe hier nämlich meine Notizen jetzt drauf. Die habe ich nicht ausgedruckt, die habe ich jetzt einfach. Spare ich Papier, bin ich auch noch. Dafür, weiß ich nicht, verbrauche ich andere Energie für den Server, wo das dann drauf geparkt ist. Also, ob das dann am Ende so viel umweltschonender ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall moderner. Das ist doch toll, oder? Und, nee, aber diejenigen, die das hier in ihrem Smartphone haben, das sind besonders disziplinierte Menschen. Weil die können hier im Gottesdienst sitzen, ihre Bibel auf dem Handy lesen und der Verführung widerstehen, irgendwo anders hin. Mal eben ins Internet zu gehen, mal hier oder da zu gucken, sich abzulegen. Das sind die besonders disziplinierten. Für die, denen es so geht wie mir, die manchmal ein bisschen Probleme mit Disziplin haben, denen empfehle ich, ihre analoge Version mitzubringen. Und die, die gar keine Bibel haben, das sind die allerbesten, weil die haben die ganze Bibel im Kopf. Ihr seid alle gut. Also, das hohe Lied. Ach, macht doch, was ihr wollt. Jawohl, ich muss jetzt anfangen. Sonst kriege ich Ärger. Okay. Das hohe Lied, Kapitel 1. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Ich habe heute in der Woche, eine Schwester hat mir geschrieben, ich finde das gut, dass du so langsam da durchgehst. Das hat mich ermutigt. Ja, ihr könnt euch bei der Schwester beschweren, ich sage hier nicht den Namen. Okay. Jesus, hilf uns jetzt. Hohelied, Kapitel 1. Und wir sind in Vers 7. Und es geht hier jetzt in einen Dialog hinein. Wir haben bisher eigentlich nur die Frau gehört. Sie hat gesprochen, sie hat zu ihrem Geliebten gesprochen. Am Anfang ging es gleich heiß zur Sache. Haben wir es schon gesehen. In Vers 5 fängt sie an, über sich selbst nachzudenken. Über das, was andere über sie sagen. Wo sie damit kämpft, mit diesem Makel, den sie anscheinend hat in den Augen der Töchter Jerusalems. Sie gehört eigentlich nicht so dazu. Sie ist halt braun gebrannt, weil sie draußen arbeiten musste. Sie hat es zu Hause nicht so leicht gehabt. Sie konnte nicht irgendwie tagelang sich irgendwie die Nägel lackieren und die Haare frisieren und sie umschreibt das in dem Wort. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Wir werden heute da noch drauf eingehen, auf diese Sache, dass sie, ja, diesen Kampf, den sie in sich führt, mit dem Selbstwertgefühl, wisst ihr? Das ist so eine Sache. Und das ist eigentlich total modern, oder? Da geht es ja heutzutage in Pädagogik und überall geht es immer um dieses Thema. Neudeutsch denn oder man sagt dann Selbstbewusstsein oder irgendwie. Aber in Wirklichkeit geht es genau um diese Sache. Sie kämpft damit, dass sie irgendwie von anderen, dass andere auf sie herabsehen. Die anderen Frauen, die vielleicht auch neidisch sind, wie gesagt. Jetzt kommt aber etwas, was total wichtig ist in dieser Liebesbeziehung. Sie reden miteinander. Kommunikation ist in der Liebe so wichtig. Wenn hier Ehepaare sitzen, wann hast du das letzte Mal in Ruhe? Ich meine jetzt so eins zu eins mit deinem Ehepartner geredet. Gott möchte das. Wie gesagt, wir sehen in dieser Liebesbeziehung immer auch die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Im Alten Testament zwischen Gott und Israel. Im Neuen Testament Christus und die Gemeinde, Ehemann, Ehefrau. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Und Gott ist ein Gott, der redet. Gott redet mit seiner Geliebten. Ja, es ist sogar das Wichtigste in ihrer Beziehung. Und das lesen wir in Epheser 5. Könnt ihr aufschlagen, gerne mal hinblättern. Im Neuen Testament. In den Briefen von Paulus. Nach dem Galaterbrief kommt Epheser 5. Und genau da ist der Schlüssel für diese ganze Sache. Für uns im Neuen Testament eins der wichtigsten Stellen dazu, die uns das vor Augen führen. Und da steht in Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ich will mal sozusagen ein kleines Sternchen dran machen. Und das kannst du dir auch machen. Indem ihr mit euren Frauen redet. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, das betonen wir. Und das ist auch das Erste und das Wichtigste, dass wir uns praktisch hingeben in unserem Leben. Nicht viele Worte machen, tun. Bereit sein, das eigene Leben hinzugeben. Für die eigene Frau. Nicht für sich selber leben, sondern für sie. Dass es ihr gut geht. Dass sie gesegnet ist. Dass sie gerettet ist. Dass sie sich frei entfalten kann. Denn Christus hat es auch getan. Christus hat sein eigenes Leben hingegeben am Kreuz von Golgatha. Um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also, er lässt ihr ein Bad ein, aber das besteht nicht aus Wasser, sondern aus Wort. Er duscht sie mit seinen Worten. Gottes Wort, das uns reinigt. Darin besteht seine Liebe zu uns. Dass er uns reinigt, immer wieder durch sein Wort. Wenn wir sein Wort nicht hätten, Geschwister, oder? Wie verdreckt wäre unser Leben. Wie gut, dass er immer wieder hineinspricht in unser Leben. Und das ist ja ein lebendiges Wort. Der heilige Geist ist es, der auch uns immer wieder zieht zu seinem Wort hin. Der uns erinnert an alles, was er uns gesagt hat. Und der dann auch durch sein Wort, wenn wir es lesen, zu unserem Herzen spricht, zu uns persönlich spricht. Dass es nicht abstrakt bleibt. Irgendein Wort, was irgendwann mal geschrieben ist, von irgendwem an irgendwen, mit mir hat das alles nichts zu tun. Nein, der heilige Geist macht es uns lebendig, dass es ein Wort ist, gesprochen zu mir, heute, jetzt. Und dadurch reinigt er mich. Und das ist so wunderbar. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Das heißt, er macht die Gemeinde schön, stellt sie hin und alle sind begeistert von dieser Frau und diesem Mann, der diese Frau so schön geliebt hat. Sie war das Mauerblümchen. Sie war die Schwarze, die Braungebrannte, die vom Land, die Bomberanze vom Land. Und jetzt ist sie die Königin. Durch seine Liebe. Wow. Was bist du für ein König. Herrlich bist du. Die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und das ist das Werk Jesu Christi an dir und an mir, an uns allen. Damit ist er gerade beschäftigt. Mit Baden. Er will uns reinigen, dass all der Dreck wegkommt. Der Dreck unserer Seele. Und wenn wir zurückgehen hier zum Hohen Lied, dann geht es jetzt, wie gesagt, darum, dass sie die Begegnung miteinander suchen und miteinander reden. Sie redet zu ihm. Sie sagt zu ihm, erzähle mir du, den meine Seele liebt. Hohen Lied 1, Vers 7. Erzähle mir. Rede mit mir. Wenn du als Frau einen Mann hast, der nicht redet, sowas soll es ja geben. Es gibt auch andere Männer. Es gibt auch Männer, die irgendwie, denen man mal sagen muss, hier, jetzt reicht mal. Aber es gibt auch eine Menge Männer, die irgendwie den Mund nicht aufkriegen. Und sie sagt, erzähle mir, ich möchte Anteil nehmen an deinem Leben. Ich möchte von dir hören. Erzähle mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Es geht um seinen Arbeitstag als Hirte. Er ist ein Hirte. Er kümmert sich um seine Schafe. Sie will wissen, wo bist du in der Mittagspause? Warum will sie das wissen? Weil sie ihn treffen will. Damals gab es noch kein Telefon. Heute haben wir es ein bisschen einfacher. Du musst nicht zu deinem Mann auf die Arbeit fahren, um in der Mittagspause mal ein kleines Stündchen mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du kannst einfach anrufen oder angerufen werden. sie hat es schwieriger. Sie muss ihn suchen. Sie muss, sie weiß nicht, weil er ist ja auch ein Hirte. Er ist unterwegs mit den Schafen. Ja, wo wird er sein? Wo wirst du heute sein? Meine Frau, sie ist wunderbar, meine Frau. Und sie möchte auch Anteil haben an meinem Leben. Sie möchte mit mir zusammen sein. Und ich will das ja eigentlich auch. Aber wenn sie mich dann morgens fragt, kommst du heute zum Mittag nach Hause? Weil ich manchmal die Möglichkeit habe, mittags zu Hause zu sein. So oft nervt mich das. Warum nervt es mich? Weil ich muss jetzt darüber nachdenken, werde ich jetzt zu Hause sein oder nicht? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Soll ich mir diesen Termin machen oder nicht? Wenn ich frei habe, dann kann ich machen, was ich will. Dann brauche ich nicht, stehe ich nicht unter Stress irgendwie, kann meine Zeit frei einteilen. Aber meine Frau will einfach nur mit mir zusammen sein. Was hast du für ein Problem, Jörg? Du hast ein Problem, dich festzulegen. Du hast ein Problem dabei, nicht flexibel zu sein. Erzähle mir, sie möchte mit mir reden. Sie möchte Anteil nehmen an meinem Leben. Sie möchte mit mir zusammen leben. Ist das verkehrt? Nein. Das ist 100% richtig. Denn Gott hat Mann und Frau zusammengefügt, dass sie ein Fleisch sein sollen. Dass sie ein Leben miteinander leben sollen. Und nicht zwei Leben nebeneinander her. Das ist ein großer Segen. Dann muss ich umkehren. Ich bin eben kein Alleinstehender, der machen und tun kann, was er will. Ja, natürlich nur das, was Gott will. Ja, so wäre es gut. Paulus sagt, der Alleinstehende, der hat es gut. Der kann nur um die Sache des Herrn besorgt sein. Und wenn er den ganzen Tag Menschen dient und nicht zum Essen kommt, wie Jesus manchmal, das war manchmal so. Er hat den ganzen Tag Menschen gedient und er ist für Menschen da gewesen und er ist nicht zum Essen gekommen. Aber so what? Das war seine Liebe, galt seinem Vater im Himmel und den Menschen, die seine Frau sozusagen waren, die Gemeinde, für die er sich hingegeben hat. So geht es mir nicht. Ich muss auch meine Frau im Blick haben, meine Familie im Blick haben. Und das ist gut so, das ist richtig so. Also sie fragt, erzähl mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Sie meint damit, und das ist ganz interessant hier, das Wort Verschleierte, was bedeutet das hier in dem Zusammenhang? Da ist mir auch nochmal, irgendwie nochmal so ein Lichtchen aufgegangen. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte von Tamar. Sie ist eine Vorfahrin von Jesus. Also sie ist die Frau, Frau gewesen, durch die Judah, einer der Söhne Jakobs, Nachkommen bekommen hat, die dann Vorfahren von König David gewesen sind und dann später auch von Jesus. Und die Geschichte aber ist gruselig. 1. Mose 38, weil eigentlich war Tamar nämlich die Schwiegertochter von Judah. Sie war verheiratet mit einem seiner Söhne und er starb. Dann hat sie ihren anderen Sohn geheiratet, weil es damals diese Regel der Schwager-Ehe gab. Der hatte aber keinen Bock, mit ihr einen Sohn zu zeugen, der dann nicht als sein eigener gilt, sondern als der seines Bruders. Und am Ende ist er auch gestorben, die hatten keine Kinder. Und irgendwie war sie dann Witwe und irgendwie und Judah hat sich nicht gekümmert um sie und dann hat sie die Sache selbst in die Hand genommen. Ihr könnt die ganze Geschichte nachlesen, ich will da gar nicht drauf eingehen. Es geht eigentlich darum, dass sie dann sich aufgemacht hat, ihre Witwenkleide abgelegt hat und sich verschleiert an einen Wegesrand gesetzt hat. Was hat sie damit gemacht? Sie hat sich im Grunde als Prostituierte verkleidet. Die Verschleierte in diesen Zusammenhängen hier zu dieser Zeit, in diesem kulturellen Umfeld ist eine Frau, die damit ausdrückt, ich bin zu haben, für jeden zu haben. Ganz interessant, wenn ihr dann 1. Korinther 11 lest, wo es auch um Verschleierung geht. Kopfbedeckung. Als Zeichen der Unterordnung, unter den Mann, gerade eben nicht als Prostituierte, denn die Tempelprostituierten hatten kahlgeschorene Köpfe in Korinth. Und da sehen wir, dass diese ganzen Regelungen mit der Kopfbedeckung, Versteigerung und so weiter, ihr könnt es auch nachlesen, 1. Korinther 11, es sind historisch-kulturelle Kontexte, die hier beachtet werden müssen, in die Paulus auch hinein argumentiert. Lasst euch nicht durcheinander bringen durch Argumentationen, die sagen, ja, aber da steht, wir müssen noch eine Kopfbedeckung tragen. Wir sehen, dass an anderen Stellen es ganz anders ist. Deswegen müssen wir das in den Gesamtzusammenhang der biblischen Lehre betrachten. Also sie will nicht als eine erscheinen, die irgendwie den Männern hinterher rennt. Sie möchte von ihm genauere Informationen haben, damit ihr Besuch bei den Herden nicht missverstanden wird von den Hirten. Und ihr Mann antwortet ihr dann. Aber ich möchte, bevor wir auf die Antwort eingehen, möchte ich noch auf diesen Ausdruck eingehen, den sie benutzt, der auch öfter vorkommt, nachher in Kapitel 3. Sie sagt zu ihm, du, den meine Seele liebt. Du, den meine Seele liebt. Man kann auch sagen, du, den ich liebe. Anstatt meine Seele kann man auch das Ich einfügen. Die Seele, das ist meine Person. Das ist eine poetische Ausdrucksweise im Hebräischen. Meine Seele, wenn ich von mir spreche, dass ich meine Seele sage. Du, den ich liebe. Und wir haben gesehen, diese Beziehung, wie gesagt, zwischen Mann und Frau, sie ist ein Spiegel unserer Beziehung zu unserem Herrn. Und da möchte ich einfach mit euch nochmal aufschlagen, 5. Mose 6, Vers 5. 5. Mose 6, Vers 4, besser gesagt. 5. Mose 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Diese ausschließliche Liebesbeziehung zum Herrn. Jahwe, das ist unser Gott, es gibt keine anderen Götter neben ihm. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das ist auf der einen Seite ein poetischer Ausdruck. Hier werden drei Dinge genannt und es klingt schön, aber es ist, wir müssen auch beachten, was wird damit ausgedrückt, was wird damit gesagt? Gott möchte, dass sein Volk ihn liebt. Es geht um Liebe. und als Jesus mit Petrus am Feuer saß, nachdem er den Herrn dreimal verleugnet hat, hat Jesus mit Petrus gesessen und hat gesagt, sag mal Petrus, wie organisieren wir denn jetzt die Gemeinde? Oder ja Petrus, irgendwie, du musst ja noch so ein paar Skills lernen, willst du nicht jetzt erstmal zwei Jahre Bibelstudium machen, hier irgendwo in Jerusalem? Was hat Jesus zu ihm gesagt? Liebst du mich? Darauf kommt es an. Kommt nicht darauf an, ob du gut reden kannst, ob du groß Bescheid weißt über irgendwas, über irgendwen. Die alles entscheidende Frage ist, liebst du mich? die Schriftgelehrten, die haben viel darüber diskutiert. Was ist das wichtigste Gebot? Wie kann man das Gesetz am besten zusammenfassen? Was ist das wichtigste Gebot? Sie haben Jesus diese Frage gestellt und Jesus sagt, das ist es. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Darum geht es. Vergiss alles andere und konzentriere dich darauf. Und dann wird Gott das tun, durch seine Liebe in deinem Herzen, was ihm wohlgefällig ist. Von ganzem Herzen, nicht geteilt im Herzen. Wo sind die Dinge, die mein Herz zerteilt lassen? Die mich wegziehen von meinem Herrn. Die mich so anders sein lassen als diese Frau, die jeden Moment, der möglich ist, mit ihrem Mann teilen will. Mir reicht es nicht abends, dass wir abends telefonieren. Ich möchte schon mittags mit dir, in der Mittagspause möchte ich mit dir sprechen. Möchte ich dich sehen? Möchte ich zusammen sein mit dir? Du kannst nicht abwarten. ist es mit meinem Herzen genauso? Oder ist es eher eine Pflichterfüllung mit Gott zusammen zu sein? Ja, muss man ja machen als guter Christ. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Gott soll das wichtigste für dich in deinem Leben sein. Wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Das heißt nicht, dass du nicht Menschen lieben sollst, ihnen Gutes tun sollst, mit ihnen verbunden sein sollst, herzlich mit ihnen verbunden. Ja, wunderbar, alles gut, aber das wichtigste, die wichtigste Person in deinem Leben, sagt Gott, das bin ich. Ist das so in deinem Leben? Ist das so in deinem Herzen? Vielleicht erfährst du nicht diese wunderbare Liebesbeziehung zum Herrn, weil du dich nie dafür entschieden hast, ihn die Nummer eins in deinem Leben sein zu lassen. Und es würde sich so viel verändern, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, okay, ich gehe diesen Schritt, ich lasse es so, ich glaube dir, dass du mich 100% voll und ganz liebst und mir alles geben willst, was ich brauche, dass ich bei dir alles finde, wonach sich sehnt, ich sage ja zu dir und deiner Liebe und dann wirst du erleben und erfahren, wie diese Liebe dein Herz erfüllt, so wie diese Frau, plötzlich gibt es nichts mehr, was wichtiger ist, als die Gemeinschaft mit deinem Herrn. Und wenn du schon lange mit dem Herrn gehst, Liebesbeziehungen verändern sich ja über die Zeit, das große Kribbeln lässt manchmal danach irgendwie, es gibt da auch irgendwelche Studien zu, wie lange das dauert, drei, vier Jahre oder fünf Jahre und dann ist es nicht mehr da. Das heißt nicht, dass dann eine Liebesbeziehung nicht wunderbar und toll sein kann und spannend. Aber es ist halt anders. Es heißt aber auch nicht, dass es nicht wieder kommen kann. Gott kann es auch immer wieder schenken. Meine Schwester auch erzählt, Gott hat da was Neues gemacht in unserer Ehe. Seit zwei Jahren ist da was, was vorher lange verborgen, verschüttet war. Eine neue Verliebtheit, eine neue Liebe, die aufblüht. Jesus sehnt sich auch immer wieder danach und er ruft uns dazu aus, wende dich mir zu, sodass meine Liebe dich neu begeistert. Und er sagt es zu der Gemeinden Ephesus, hey, ihr habt die erste Liebe, ihr macht alles richtig, es läuft alles gut, wunderbar, aber kommt doch zurück zu dieser ersten Liebe. Denn er will, dass wir ihn mit unserer ganzen Seele lieben. damit wir wirklich diese Liebe auch empfangen, die er uns geben möchte. Wenn wir halbherzig sind, Geschwister, dann verpassen wir so viel. Und ich predige das alles mir selbst. Hohes Lied Kapitel 1 Vers 8 Er antwortet das erste Mal, dass er was sagt. Er lässt sie nicht im Regen stehen, sondern er antwortet ihr. Sie fragt ihn was, er antwortet. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du Fragen an Gott hast, frag ihn. Es ist nicht immer so, dass sofort aus dem Himmel die Antwort kommt, aber wenn du aufmerksam bist, wenn du wirklich ihn fragst und ihn suchst, er wird dir Antwort geben. Sei man sicher. und er antwortet ihr vielleicht nicht so, wie sie sich das gewünscht hat. Sie fragt ja, wo bist du, wo lässt du lagern am Mittag, wo weidest du? Wenn du es nicht weißt, du schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Das Erste, was ihr auffällt, ist, wie er sie nennt. Sie hat diese Zweifel. Sie vergleicht sich, sie wird verglichen mit anderen. Was sagt ihr Mann zu ihr? Du bist die schönste unter allen Frauen. Er ermutigt sie. Wann hast du deine Frau das letzte Mal so ermutigt? Wann hast du das letzte Mal ihr so ein Kompliment gemacht? Denk mal drüber nach. Es wird Zeit, dass du es heute tust. Das ist vielleicht schon zu lange her. Und je länger wir zögern, je länger wir das schleifen lassen, desto unsicherer werden unsere Frauen in ihrem Selbstwert. Du schönste unter den Frauen, da kommen wir vielleicht noch zu, wenn du es nicht weißt, geh hinaus den Spuren der Herde nach, er gibt ihr einen Tipp. Und der Tipp besteht darin, folge den Fußspuren der Herde. Wisst ihr, unser König, unser König Christus ist auch ein Hirte. Und dieser Hirte zeichnet sich dadurch aus als Hirte, dass er eine Herde hat. Und was ist diese Herde? Das sind alle seine Schafe, die seine Stimme hören und ihm folgen. Wenn du also Gemeinschaft mit dem König haben willst, wenn du dich danach sehnst, ihn zu treffen, ihn zu hören, wo musst du hingehen? folge denen, die ihm folgen. Triff dich mit denen, die ihm nachfolgen, die seine Schafe sind. Komm zur Gemeinde, komm in die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Dort wirst du ihn finden, wenn du den Spuren der Herde folgst, denen, die ihm nachfolgen und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Also bring deine kleinen Zicklein auch mit und dann können wir sozusagen beim Arbeiten Gemeinschaft haben. Und das ist es auch, weißt du, der Herr ist an der Arbeit und du kannst mit Jesus Gemeinschaft haben darin, dass du mit ihm zusammen arbeitest und dafür, weißt du, du bist vielleicht noch jung im Glauben, aber ich weiß nicht, hast du, kennst du junge Menschen, Kinder, vielleicht hast du Kinder, vielleicht kennst du Kinder aus der Gemeinde, vielleicht kennst du Kinder in der Nachbarschaft, vielleicht kennst du Menschen, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind, dann beteilige dich an diesem Hirtendienst und wende dich gerade diesen jungen Gläubigen zu, vielleicht bist du schon ein paar Jahre gläubig, wir haben das neulich mal gehabt, der Zeit nach müsstest du eigentlich schon ein Lehrer sein, lass dich vom Herrn bewegen, erfüllen von seinem Geist, befähigen, streck dich aus danach, dass du für andere ein Segen sein kannst. Ich sehe hier Christian, toller Dienst unter den Studenten junge Gläubige zu nehmen und sie weiter zu stärken und zu ermutigen, im Glauben zu gehen, vielleicht nur eins zu eins oder mit zweien oder dreien, ist auch eine gute Sache. Und da gibt es in der Gemeinde, hier, du brauchst nur die Augen aufzumachen, geh nachher ins Kaffee, setz dich mal mit jemandem zusammen, den du nicht kennst, der so richtig gesehen, den muss ich mal kennenlernen. Und dann bleib doch nicht nur an der Oberfläche, lass dir doch mal erzählen, wie sie zum Glauben gekommen ist oder was Jesus für sie bedeutet, wie es ihr so geht in ihrem Glaubensleben. Sodass wir die Jungen stärken und ermutigen. Und wisst ihr, dann sind wir plötzlich genau da, wo unser Herr ist und haben Gemeinschaft mit ihm. Und er ist uns ganz nahe und wir sind ihm ganz nahe. Okay, weiter hier, Vers 9. Einer Stute an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Er spricht wieder weiter hier. Er redet zu ihr und er spricht zu ihrem Herzen und vergleicht sie. Jetzt fühlen sich natürlich manche Frauen davon vielleicht nicht so angesprochen. Das sind natürlich Bilder und Vergleiche aus der damaligen Zeit. Ich weiß es nicht, es gibt hier aber durchaus Pferdeliebhaber und Pferdeliebhaberinnen, oder? Uns wird hier gesagt, diese Stute ist eine besondere, sie ist an den Prachtwagen des Pharao. Sie ist an dem schönsten, dem herrlichsten Wagen des größten Königs. Da wird nur das schönste Pferd ausgesucht. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Sie antwortet, solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Was bedeutet das? Der König Tafelt, er ist an seiner großen Tafel und sie aber, sie hat Parfum aufgelegt und der Duft strömt zu ihm hin. Es ist nicht so, dass sie einfach nur so ihr Ding macht, während er da am Tafeln ist, sondern sie will, dass er sie begehrt. Sie möchte mit ihm zusammen sein und sie möchte, dass er sich nach ihr sehnt. Also legt sie Parfum auf, dass das zu ihm hinüber schwebt, unsichtbar und ihn anlockt. jetzt geht es noch weiter, heftiger. Ein Mürrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Blütentraube vom Hennerstrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Engedi. Sie vergleicht ihren Geliebten mit diesen Düften, dieses Mürrebeutelchen, was sozusagen umgehängt ist und was Duft verströmt. Auch diese Blütentraube vom Hennerstrauch wurde auch benutzt als Duftstoff. Und das eine ist, dass dieser Duft er ist ja etwas, was sie riecht, was sie umgibt. Also sie ist in diesem Duft und dieser Duft geht dann aber auch von ihr aus. Und er ist es, der ihr Leben sozusagen so von Duft erfüllt, sodass sie selber diesen Duft einatmet und dass dieser Duft aber von ihr auch ausgeht. Wisst ihr, wenn Jesus so an unserem Herzen ist, dieser wohlriechende Mann, dann haben wir selber diesen Duft in uns, wir atmen diesen Duft, wir leben sozusagen in dieser Duftwolke, aber dieser Duft geht auch von uns aus und das, was sie sozusagen beschreibt, ist dieser er ist hier an meinem Herzen. Da ist er, da bleibt er. Er ist mir so wertvoll, er ist hier. Was sagt er dann? Er ist begeistert. Er sagt, das ist wunderbar, dass ich da bin, dass ich da sein kann, an deinem Herzen. siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind tauben. Deine Augen sind tauben? Mit manchen Vergleichen komme ich auch nicht zurecht, muss ich ehrlich sagen. Die checke ich auch nicht so richtig. Ja, ja, ich meine, es gibt, jetzt, du darfst dir nicht hier so eine Straßentaube so eine geflügelte Ratte, wenn du so willst, dir vorstellt. Ja, es ist leider so. Die armen Tierchen, die sind hier echt, es sind gefallene Geschöpfe wie wir Menschen. Nee, wirklich, ist ja so. Aber wenn du in die Natur hinausgehst, Tauben können wunderschöne Tiere sein, wunderschöne Vögel sein. Und das, was er aber sieht, ist ihre Augen, er schaut ihr in die Augen, das kennen wir doch, ne, schau mir in die Augen, Kleines. Alle Filmliebhaber wissen das, ne, schau mir in die Augen, Kleines. Sich tief in die Augen zu schauen, ist etwas Wunderbares in der Liebe. und Gott schaut in unsere Augen. Wie gesagt, er schaut auch in unser Herz. Und er ist begeistert, wenn er in uns diese Liebe sieht, er freut sich darüber und er sagt, du bist schön. Du bist schön, mit deiner Liebe zu mir bist du schön. Deine Liebe zu mir macht dich schön. Und Ursprung dieser Liebe ist ja seine Liebe für sie. Aber es ist so wunderbar. Bitte, liebe Männer, es ist so wichtig, seiner Ehefrau diese Dinge zu sagen. Sei bitte kein verknitterter Protestant, der sagt, wir leben aus Gnade alleine. Wenn ich meiner Frau Komplimente mache, dann bildet sie sich nachher noch was drauf ein. Nein, im Gegenteil, all das, was in einer Frau so unruhig ist, kommt zur Ruhe in der Liebe ihres Mannes, zu wissen, er ist für mich da, er ist ganz von mir eingenommen. Ich brauche keine Angst davor zu haben, dass er irgendwie sich einer anderen zuwendet. Ich bin sein Ein und Alles. Das macht sie ruhig, das befreit sie. Dieses Wissen darum, ich genüge ihm, das ist so wichtig für sie, zu wissen, sie geliebt und angenommen ist, so wie sie ist. Und das müssen wir unseren Frauen, unseren Ehefrauen, das müssen wir ihnen zeigen, das müssen wir ihnen vermitteln. Und Jesus tut es, er sieht uns so, ohne Flecken, ohne Runzeln. Er spricht die Gemeinde immer wieder an, in den Briefen sagt Paulus, ich grüße die Heiligen in Hannover. Peter hatte früher immer gesagt, wenn ich welche treffe, dann werde ich sie grüßen. Nein, er sagt es zu dir, zu mir, zu uns, die wir so unvollkommen sind, die wir alle irgendwie, die Haut ist nicht so schön gefärbt, wie wir uns das vorstellen. Oder wie andere meinen, dass sie sein sollte. Aber Jesus liebt uns. Er schaut uns an und denkt, du bist schön. Du bist schön, meine geliebte Freundin, meine geliebte Frau. Er begehrt uns, er möchte gerne uns zu sich ziehen und er wird das tun. Paulus beschreibt es, dass er, wenn er kommt, die Gemeinde zu sich in den Himmel zieht. Er kann es nicht abwarten, er kommt nicht erst auf die Erde runter, um dann seine Braut irgendwie unter den Arm zu nehmen und sie mit nach oben in den Himmel zu nehmen. Nein, er zieht sie so zu sich, weil er sie begehrt, weil er möchte mit ihr zusammen sein. Sie ist schön, er möchte mit ihr zusammen sein. Er möchte ihr tief in die Augen schauen. Sie sagt, siehe, oh, es ist schon zu spät, ich muss ja Schluss machen, ich habe noch, sorry, Leute, ich habe die Zeit noch gar nicht im Blick, ich weiß gar nicht, ich bin so durcheinander. Oh, Jesus, Hilfe. Sie antwortet ihm, siehe auch du bist schön, mein Geliebter und liebenswert und unser Lager ist frisches Grün, die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparen sind verholler, sie sind mitten in der freien Natur, aber das ist egal. Kommt nicht auf den Reichtum haben, Gott hat alles schön gemacht und so genießen sie zusammen die Liebe miteinander. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler, sie sagt, ich bin so eine, immerhin denkt sie jetzt schon, dass sie eine Narzisse ist, eine Osterglocke, die blühen ja alle überall jetzt gerade, aber wenn du, sie schaut jetzt nicht nur auf ihren Makel, sondern sie denkt schon, ja ich bin ein hübsches Blümchen, aber sie denkt, ja ich bin doch so eine wie die vielen, wenn sie dann alle blühen, diese riesigen, dieses riesigen Blumenmeer, aber wisst ihr, was er sagt? Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Sie ist was ganz Besonderes. Sie ist nicht eben eine von den vielen, sondern sie ist meine Frau, die schönste unter den Frauen. Und dann, was antwortet sie? Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Eingeliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen, gelüstet es mich und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Diese Liebe begeistert sie so, sie kommt zur Ruhe, sie kann sich in den Schatten setzen, wo sie vorher von ihren Brüdern rausgetrieben wurde, in der Sonne zu arbeiten, hat sie jetzt einen Mann gefunden, wo sie sich anlehnen kann, wo sie Schutz findet, wo sie Geborgenheit findet, wo sie, ja, wo sie es gut sein lässt, wo sie Frieden findet. Wisst ihr, wir haben einen Herrn, der uns errettet hat aus der Sklaverei, damit wir zu sein, uns niedersetzen unter ihm, unter seinem Schatten und seine Frucht genießen, die Frucht der Liebe. Amen.